Hallo Fohlen, herzlich willkommen zu einer exklusiven Zusammenfassung des Transferkarussells von Borussia Mönchengladbach. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, abonnieren Sie unseren Kanal und schalten Sie die Benachrichtigungen ein, damit Sie keine Neuigkeiten verpassen. Die Gerüchte um den Wechsel von Nico Elwedi sind keine Neuigkeit mehr. Es ist bekannt, dass der Verteidiger den Verein verlassen will und wird. Ursprünglich war sogar der Ass Rom im Rennen um den talentierten Verteidiger, doch nun scheint es klar, dass Nico Elwedi in die Premier League wechseln wird. Zu den Wolverhampton Wanderers. Der Spieler und der Verein sind sich schon seit langem einig, doch nun hat Trainer Julian Lopetegui die Wolves überraschend verlassen. Unstimmigkeiten über die strategische Ausrichtung führten zur blitzartigen Trennung des Spaniers. Doch wie die Bild-Zeitung berichtet, die Trennung von Lopetegui wird sich nicht negativ auf den Transfer von Elwedi auswirken, denn der Vorstand des Vereins ist fest entschlossen, den Deal durchzuziehen. Zwischen den Vereinen ist ein Preispoker entbrannt. Borussia Mönchengladbach will sich nicht mit den angebotenen 9,5 Millionen Euro für den Schweizer Nationalspieler zufriedengeben. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass der Preis mit jeder weiteren Woche des Wartens weiter steigen wird. Doch damit geht der Verein auch ein gewisses Risiko ein, wie das Beispiel Markus Thuram vor zwei Jahren gezeigt hat. Ein 37 Millionen Euro Transfer zu Inter Mailand scheiterte an einer Verletzung. Heute ist er ablösefrei bei den Mailandern. Verpassen Sie nicht die spannende Fortsetzung dieses Transfers, der den internationalen Fußballmarkt in Atem hält. Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden und verfolgen Sie aufmerksam die Entscheidung über die Zukunft von Nico Elwedi. Abonnieren Sie unseren Kanal und schalten Sie die Benachrichtigungen ein, damit Sie keine exklusiven Updates verpassen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Bleiben Sie dran!